Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Shiva? Da ist doch jetzt Niki. Ach ja. Ja, und heute wieder dabei, nur für euch, Flux. Ja, wie ihr vielleicht in unseren ersten drei Psychomantie-Sitzungen schon festgestellt habt, befinden wir uns im Kontakt mit Flux. Flux ist eine Wesenheit, ein Seelenkomplex von der achten Dimension, der reinen Informationsebene, weit über der Akasha-Chronik. Und ja, wir haben ein großes Interesse erhalten mit, weiß ich nicht, hunderten von Fragen an Flux, wo man uns mitteilte, bitte fragt doch mal Flux dieses und jenes. Und wir haben von euch so viele Fragen erhalten, das wäre Stoff für zehn Videos und weil es eben zu viele Fragen sind und wir dann nicht unbedingt mehr nachkommen mit dem, ja, was wir alles so herausgefunden haben und euch mitzuteilen versuchen, sieht es so aus, dass wir uns dachten, heute machen wir die Psychomantie-Sitzung vier und rasseln alle Fragen einfach stumpf durch. Genau. Oder? Das wird ein Ja-Nein-Video. Es wird also ein Ja-Nein-Video mit zig Fragen, die wir einfach so rausballern und, ja, die Antworten geben und dann gleich zur nächsten Frage übergehen, ohne irgendwelchen großen Erklärungen. Fragen, denn diejenigen unter euch, die diese Fragen interessieren, die wissen ja eh, worum es geht. Genau. Und die, die es nicht wissen, ja, dann wartet halt bis zur nächsten Frage oder recherchiert in diese Richtung. Oder schaut euch unsere 200 anderen Videos an. Genau, das ist natürlich auch nur eine Möglichkeit. Ja, Niki steht also in Kontakt mit Flux und kann hauptsächlich Ja-Nein-Fragen im Moment nur beantworten, aber wir arbeiten daran, dass wir eine direktere und, ja, ausgedehntere Verbindung zu Flux bekommen, damit ja auch mal eine ganze Antwort raushauen kann. Ja, klappt zum Teil, aber auch nur zum Teil und von daher. Wir sind schon einen Schritt weiter gekommen, aber noch nicht weit genug. Genau. Ja. Darum ist es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis das funktioniert. Ja, würde ich sagen. Ja. Du fragst, Flux antwortet. Genau. Ich sage Ja oder Nein. Richtig. Natürlich muss ich diese Fragen ablesen, ne, tut mir sehr leid, die habe ich nicht alle im Kopf. Was, du hast nicht 100 Fragen auswendig gelernt? Nein. Ich kenne mein Drehbuch nicht und ich bin auch nicht so gut im Auswendiglernen. Darum stört euch nicht dran, wenn ich manchmal aufs Handy gucke. Ja. Ja, Niki, wie steht es um den Kontakt mit Flux? Alles da. Alles da. Ja, der meldet sich gerade voll zu Wort. Okay. Flux ist also auch schon da, wie man sehen kann. Und wir haben gemerkt, dass diese Fragen sich auf mehrere Themen beziehen. Das heißt zum Beispiel auf die Erde, wir haben ja ein Video gemacht über die Erde, wie groß die Erde, ja, wirklich ist, laut unseren Träumen, die wir hatten und natürlich auch in Abstimmung mit Flux. Dann haben wir natürlich das Thema Matrix. Viele Fragen zur Matrix sind reingekommen. Dann natürlich auch Fragen zum Deep State sind auch aufgetaucht, klar. Ist ja auch das, was die Welt momentan beschäftigt. Dann haben wir noch einige religiöse Fragen zu Jesus und so weiter. Wird bestimmt auch sehr spannend. Und ja, ich glaube, das war's. Das sind so die vier Hauptthemen, die wir da haben. Und die geben wir jetzt alle mal stumpf durch. Los geht's. Los geht's. Also fangen wir an mit dem Thema größere Erde. Wir haben ja gesagt, dass die Erde größer ist, als uns die NASA mitgeteilt hat. Genau. Und da sind natürlich viele Fragen gekommen, Neugierige, die mehr wissen möchten, über die Beschaffenheit der größeren Erde. So, Frage Nummer eins. Wissen die anderen Kontinente hinter der Eisschicht? Ne? Also wir gehen mal davon aus, diese Eisschicht, vorhanden ist es schon, klar. Aber ob die jetzt wirklich in einem ganzen Kreis um unsere Kontinente existiert, ist noch eine andere Frage. Aber gehen wir mal einfach die Frage durch, wie sie uns gestellt wurde. Also, wissen die anderen Kontinente hinter der Eisschicht von uns? Ich weiß nicht, ob Kontinente etwas wissen können, aber ich frage mal, ob die Menschen auf den anderen Kontinente was von uns wissen. Grundlegend nicht, nein. Aber ein paar natürlich, ja. Also werden die da genauso... Doof gehalten, ja. Doof gehalten, wie wir hier. Klasse. Und gab es mal einen Krieg irgendwann in der Vergangenheit, das dafür gesorgt hat, dass die inneren Kontinente, die Weha darstellen und die äußeren Kontinente hinter der Eisschicht separiert haben. Gein. Also auch teilweise. Teilweise nur, ja. So wie wir hier auch. Wir wissen ja auch nur teilweise davon, beziehungsweise nicht jeder weiß davon. Die meisten haben ja gar keine Ahnung, was los ist in der Welt, weil die alle zu faul zum Recherchieren sind. Die zocken dann über Warcraft oder sowas. Ich weiß es nicht. Statisten? Nächste Frage. Sind die anderen Lebewesen auf den anderen Kontinenten in 5D nur existent? Nein. Wir sind genauso wie wir. Okay. Gibt es im Atlantik und anderswo einen Abfluss zur inneren Erde? Das heißt, verbrauchen die Innererdler auch Wasser und holen das von der Oberfläche und reinigen es da bei sich? Also es gibt einen Eingang in den Meeren zur inneren Erde und sie benutzen nicht unser Oberflächenwasser, nein. Haben eigenes Wasser. Haben eigenes. Ja, unterirdische Wasserfälle gibt es ja auch viele. Ja, das stimmt. Haben die früheren Menschen im Tartarischen Reich freie Energie genutzt? Ja. Haben sie die Energie auf der Erde, die Energiepunkte, die so existieren, Leylines, Kreuzungen und so weiter? Hat die Kirche es mit ihren Kirchen, die sie an solchen Positionen aufgebaut haben, absichtlich so gemacht, um die Energie abzuzapfen? Ja. Okay. Zu den Kontinenten, jenseits der inneren Kontinente und zu Hyperborea. Ja. Sind die Leute, die in dem sogenannten Bermuda-Dreieck verschwunden sind, dort gelandet? Im Flugzeug? Nein, die da verschwunden sind, wie so ein Portal und plopp, waren sie drüben. Nein. Nein. Hätte ich jetzt auch gesagt. Werden die Schöpfergötter auf der Erde von den äußeren Kontinenten ferngehalten, weil wir dann zu mächtig werden würden? Ja. Also ein Ja, würdest du sagen. Aber anscheinend ist da noch mehr Information hinter. Da ist noch mehr, genau, da fehlt noch was, genau, da fehlt noch eine Information. Deswegen, also ja, mit Gänsehaut sogar, also ist auch irgendwie eine gruselige Frage, aber da fehlt noch was, ja. Wer weiß. Spannend. Leben auf dem äußeren Kontinent Menschen, die so gebaut sind wie wir, die so aussehen wie wir? Also wenn die jetzt bei uns durch die Stadt laufen würden, würden wir die sofort erkennen? Leben auf den äußeren Kontinenten, ja, sehen die genauso aus wie wir? Menschlich, ja. Ja. Also die haben jetzt nicht zum Beispiel drei Augen, vier Ohren oder sowas nicht? Gibt's auch. Da gibt's auch anders aussehen, aber... Achso, okay. Aber der Großteil ist halt schon menschlich. Okay. Leben denn dort auch Starseeds? Ja. Ah, okay. Nächste Frage. Ja. Könnten wir uns sprachlich mit denen verständigen? Zum Beispiel in Englisch, Deutsch, Spanisch? Nein. Sprechen die andere Sprachen? Oh ja. Oh. Ja, das ist ja blöd. Dann hast du mal die Chance, so einen zu treffen und dann redet der in einer Sprache, wo du denkst, was ist denn das für eine Sprache? Ich komme aus dem Norden und verstehe, und die aus dem Bayern ja kaum. Dann will ich nicht wissen, was die für Dialekte da haben. Oh mein Gott. Laut alten Karten aus dem 16. Jahrhundert hat man ja Hyperborea abgebildet mit einem Turm in der Mitte. Einem Turm, der magnetisch ist. Stark magnetisch. Und hier ist die Frage, wird der Turm in Hyperborea dazu eingesetzt, um die Menschen zu manipulieren oder in einem bestimmten Bewusstseinszustand zu halten? Das sind leider zwei verschiedene Fragen, weil erst kommen die Nein und dann kommen die Ja. Sie werden also nicht benutzt, um Menschen zu manipulieren, aber um sie in einem bestimmten Bewusstseinszustand zu halten. Das sind ja zwei verschiedene Themen. Ja, das ist richtig, ja. Also eher Letzteres, um einen bestimmten Bewusstseinszustand bei den Menschen zu erzeugen. Okay, spannende Frage, ja. Gab es früher wirklich Riesenbäume, die 60 bis 100 Kilometer hoch waren? Okay. Und gibt es diese Bäume immer noch auf der Erde, irgendwo? Nein. Okay. Alle weg, ja. Dann kamen wir auch Fragen zu Atlantis. Ja, natürlich. Darf ja nicht fehlen. Wurde Atlantis durch einen Bürgerkrieg zerstört? Nein. Nein. Wurde Atlantis überhaupt mal zerstört? Nein. Okay. Was nicht ausschließen soll, dass da vielleicht Gebäude zerstört wurden oder der Krieg war, aber per se wurde Atlantis nicht zerstört. Also Atlantis ist da nicht untergegangen? Nein. Gut. Auf keiner Weise. Also weder physisch noch. Ja. Als die Pyramiden-Technologie aufgehört hatte zu funktionieren, weil auf der Erde sind ja tausende von Pyramiden aufgebaut, auch auf Kraftorten, hat das zur Verschiebung des Erdmagnetsfeld geführt? Gut. Teilweise ja. Also zum großen Teil, glaube ich, sogar ja. Also da ist noch mehr Information. Es gibt ein Ja mit Aber. Ja. Hat es denn auch für die Polschmelzung gesorgt? Nein. Oder für eine riesige Flutwelle? Nein. Okay. Wurde Atlantis durch eine feindliche Alien-Invasion zerstört? Wurde ja nicht zerstört. Nein, kommt auch eh nein. Genau. Die Frage hat sich erledigt. Wurde ein Planet in unserem Sonnensystem komplett zerstört und hat den Asteroidengürtel erschaffen? Hm, ja. Wurde infolgedessen dann das Matrixgitter installiert? Das ist nicht die Folge, aber ich verstehe es nicht ganz. Also sagen wir einfach mal jein. Das war nicht die Folge dessen, dass das Matrixgitter installiert wurde, aber es hat eine gute Voraussetzung gebildet, dass es nun installiert werden konnte. Irgendwie sowas in die Richtung. Es kam ja auch erst später laut unseren Informationen. Ja, also es ist nicht der Urgrund gewesen. Okay. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Matrix. Die Matrix. Ja, also zur Matrix sind sehr viele Fragen eingegangen und ja, wir gehen die da mal schrittweise durch. Okay. In der letzten Sitzung haben wir auch durch Flux erfahren, was auch mit unseren Informationen, die wir vorher bekommen haben, übereinstimmt. Wir haben ja gesagt, es wird vorhin noch so 5000 Jahre dauern, bis eben die Matrix-KI und die Mondmatrix aufhören werden zu funktionieren. Flux hat uns eine andere Zeitangabe gegeben, ihr habt gesagt 3000 Jahre. Ne, wir haben gefragt zwischen 1000 und 3000 Jahre, aber Flux hat gerade gesagt, rund 1500. Ah, okay. Also haben wir schon mal 3500 Jahre gespart. Ja. Ist schon mal nicht schlecht. Trotzdem reicht das noch locker für 20 Inkarnationen. Ja. Ja. Nun gut. Die Frage, die hier jemand stellt, ist, kann man diese 1500 Jahre abkürzen? Ist, nicht wirklich, nein. Ja. Es sei denn, man nutzt die Wege aus der Matrix raus. Ja. Ja. Okay. Kann man denn in der 3D-Matrix ein so hohes Bewusstsein erreichen, dass man seinen physischen Körper mit in die 5D-Matrix nehmen kann? Oh ja. Ist möglich, ja. Das haben wir uns auch schon gedacht. Ja, stimmt. Ist in den Hallen von Amenti die Steuerzentrale? Gibt's keine Ahnung. Ja, wir denken ja, die Steuerzentrale ist auf dem Mond. Das kommt wieder ein Jahr, also wer weiß, ob da nicht eine Art Relaystation ist oder so. Da kriege ich eher eine Gänsehaut, aber jetzt nicht. Oh ja, da kommt dann auch ein Jahr, sowas in die Richtung. Also das ist jetzt nicht die Steuer. Also vielleicht sowas wie eine Filiale. Ja, so eine Art Verteilerstation halt oder so. Ja, also wie nennt man die noch? So ein Repeater. Genau. Wird die Matrix dann generell nur durch die Mond-KI gesteuert? Nein. Ah. Und haben nur die Arschonten den Finger auf der Matrix? Nein. Nein. War der Saturn einst unsere wahre Sonne? Nein. Nein. Gibt es alternative Realitäten auf der Erde, die keine Matrix haben? Nein. 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 Oh. Ich habe es gerade irgendwie gehofft. Coole Frage, danke. Ja. Ist das Prinzip des Fressen und Gefressenwerdens auf der Erde einzigartig? Nein, aber es ist auch nicht gang und gäbe. Es ist nicht typisch. Und das betrifft vermutlich, wenn ich das richtig interpretiere, die Aussage, nur Matrixplaneten. Ah, da ist ja die Gänsehaut. Ja, würde ich auch sagen. Das betrifft nur Matrixplaneten, weil wir so programmiert werden, weil damit das Prinzip der Dualität ja auch dann installiert werden kann. Ginge es denn bei uns hier in der 3D-Matrix auch ohne dieses Fressen-und-Gefressen-Werden-Prinzip? Natürlich. Also, ja und ja. 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 Sind die Pyramiden als Generatoren zu betrachten, die freie Energie erzeugen oder erzeugen können? Oder erzeugt haben. Oh ja. Hat die 3D-Matrix mehrere Frequenzebenen? Das heißt, dass zum Beispiel am selben Ort, zum Beispiel jetzt, wo wir hier sitzen, auch eine Nebenrealität sein kann, wo vielleicht irgendwie hier gerade ein Rathaus gebaut wird oder Menschen über einen Marktplatz laufen? Ja. Ist der im Buddhismus erwähnte Regenbogenkörper auch ein Ausweg aus der Matrix? Die Frage hat mich vorhin schon interessiert, die habe ich schon gefragt. Aber ja, ist es tatsächlich. Die ganzen Menschen erzeugen ja mit ihrem Bewusstsein auch ein kollektives Bewusstsein. Ist dieses kollektive Bewusstsein an das Matrixgitter irgendwie angeschlossen oder damit verbunden? Absolut. Ja. Nicht schön. Die Gnostiker haben von einem Demiurk erzählt. Hat der wirklich existiert, beziehungsweise existiert er noch? Die Antwort ist, glaube ich, also sie kommt nicht klar rein, weil sie einfach zu komplex ist. Ich glaube, das ist ein großes Thema und viele Fragen in einer, würde ich sagen, die mich so... Oder ist der Demiurk gleichzusetzen mit der Matrix-König? Nein. Ist YHWH ein Aspekt des Demiurk? Ja. Aber auch die Frage hat mich interessiert, nicht zu verwechseln mit JHWH, wobei ich, bei der ich eher dachte, dass sie das wäre. Die ist es aber nicht. Aha. Also gibt es da einen Unterschied. Ja. Wurden die abrahamistischen Religionen für den Zweck der Energieernte in der Matrix geschaffen? Keine klare Antwort. Antwort, also ja, aber auch wieder ein Aber. Also ich weiß nicht, also es ist schon ein sehr eindeutiges Ja, aber da ist ein Aber dabei. Und das glaube, das Thema ist auch zu komplex, als es mit einem Ja-Nein abzuhandeln. Ich glaube, da steckt einfach noch mehr dahinter, als nur ein Energiesammel-Ding, denke ich. Das würde Flux uns sagen. Ja, das würde Flux uns sagen. Ja. Wird die Matrix vom Saturn aus projiziert? Auch wieder so eine Frage, ist ein Ja dabei, die arbeitet wohl mit dem Mond-Matrix-KI irgendwie zusammen. Ja, irgendwie so. Jedenfalls die Hauptstation ist auf dem Mond. Und der Saturn, ich habe gar keine Ahnung, aber irgendwie hängen die zusammen. Hat die Matrix den Zweck, die Kundalini-Energie im Beckenraum zu halten? Ja, aber auch da steckt noch mehr dahinter. Ja, unter anderem, denke ich mal. Unter anderem. Es ist schon eine starke Kraft und man versucht sie schon tatsächlich einzusperren, aber da irgendwie ist noch mehr da. Nahtoderfahrungen? Ja. Finden die innerhalb der Matrix statt? Ja. Gibt es denn auch Nahtoderfahrungen, die außerhalb der 3D-Matrix vorkommen? Ja. Also es kam tatsächlich gerade rein, als du die Frage gestellt hast, dass grundlegend ist es innerhalb der Matrix, aber nicht alle von allen Menschen auf der Erde sind tatsächlich innerhalb der Matrix. Also sie gibt es auch in einer freien Matrix oder im freien Universum. Im freien Universum, ja. Na ja, gut. Dann die nächste Frage. Oh, Thema Kornkreise. Ach. Sind alle Kornkreise echt? Nein. Vergeht die Zeit im Jenseits schneller als hier auf der Erde? Nein. Hm. Aber die Frequenz ist höher. Also ich frage gerade nach der Zwischenebene. Ist halt die Frage, glaube ich, wovon wir sprechen. Weil auf der Zwischenebene ist die Zeit nicht schneller. Okay. Ja, auf der Zwischenebene, aber im Jenseits. Also meinst du 5. Jenseits? Ja. Ah, okay. Frage ich da noch. Läuft, ob da die Zeit schneller läuft. Eher, ja. Das schon. Das schon. Mhm. Ich glaube nicht wesentlich. Das Secret Space Programm. Ja. Existiert es wirklich? Ich muss gestehen, ich habe es vorhin schon gefragt. Aber ja. Mhm. Existiert, ja. Sind auf der Erde gewaltige Kriegswaffen von Aliens versteckt worden? Oh ja. Oh ja. Mhm. Okay. Existieren Stargates wirklich? Oh ja. Oh ja. Auch auf der Erde? Oh ja. Ja. Existieren Zeitreisen? Mhm. Ja. Oh ja. So wie man es im Film sieht? Zack. 1950. Zack. 1870. Wohl eher wie in dieser Serie mit dem Thor-Bruder Floki. Floki? Nee. Nicht Floki. Loki. Floki war die andere Serie. My Gags. Ah ja. Okay. Wenn man stirbt, warten dann die Verwandten und Partner auf einem dann, die schon gestorben sind? Auf der Zwischenebene warten sie nicht. Wenn du weitergehst, halt aber schon. Okay. Aber auch nicht immer. Ja, gehen die dann auch mal schon früher ins Licht und warten nicht? Dann machen wir schon mal. Naja, deswegen habe ich die Frage gerade unterteilt, genau. Also die sind schon im Licht, deswegen auch dazwischen, aber auf der Ebene warten sie nicht genau. Die schwarzen Löcher im Universum. Ja. Kann man die schwarzen Löcher im Universum auch als schwarze Portale betrachten, so wie wir darüber erzählen? Nee. Nicht? Nein. Das sind andere Portale wahrscheinlich. Ja. Ja, das sind andere Portale. Nächste Frage. Können wir unseren dritten DNA-Strang von jetzt auf gleich wieder reaktivieren? Da hat Flux gerade viel mehr zu zu sagen, als kann ich nicht interpretieren. Okay. Also hängt noch ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Gut, dann muss die Frage vielleicht so lange warten, bis wir einen besseren Kontakt zu Flux haben. Ist es möglich, energetische Anhaftungen oder irgendwelche Implantate, die an unserem Körper gesetzt worden sind oder an unserem ätherischen Körper wieder loszuwerden? Ja. Ja, erklärt sich eigentlich von selbst. Ist die Matrix-Sülle, in der ja jeder von uns sitzt, das gleiche wie die Merkava? Das war auch eine der drei Fragen, die mich interessiert hat. Die Antwort war Nein. Okay. Und die wird ja erst erzeugt. Und die Matrix-Sülle ist ja schon immer da. War ja schon vorher da. Ja. Stichwort Carlos Castaneda. Ja. Hat Carlos Castaneda das alles wirklich erlebt, was er in seinen Büchern schreibt oder zumindest inhaltlich? Oder hat er auch gewisse Passagen oder gewisse Berichte als Allegorie benutzt, um vielleicht den Menschen etwas beizubringen oder etwas versuchen zu erklären? Ja, ja, aber es ist alles kein klares, keine klare Antwort, komischerweise. Okay. Haben Castaneda's Berichte auch teilweise im Träumen stattgefunden? Mhm. Ja. Ja. Und Don Juan Matos hat wirklich existiert. Mhm. Okay. Sehr spannend. Und er hat tatsächlich die ganze Zeit erreicht. Ja. Fragen, die mich also auch interessiert haben. Stimmen die Informationen in den Büchern von Drunvalo Melchi Zedek zum Thema Bewusstseinsgitternetze, die Erde und die Merkaba? Das ist auch kein klares Ja. Also ich würde sagen, zum Teil, so wie geht alles hier auf dieser Welt. Ja. Also nicht alles 100%. Und da kommt aber ein ganz klares Ja mit Gänsehaut. Okay, alles klar. Okay, gut. Ist das Sriyantra auch ein Energieportal zu anderen Ebenen? Ja. Aha. Aber ganz schön heftig. Oh, gut. Gibt es auf unserem Planeten tatsächlich Yogis, die mit Kraft ihres Geistes levitiert sind? Hm. Ja. Sind aber wohl nicht so viele. Existiert auch auf anderen Planeten Wasser? Mhm. Gibt es auch eine feinstoffliche Version von Wasser? Hm, ja. Nächste Frage. Gibt es die Blue Aviants Außerirdischen wirklich? Nein. Hm. Okay. Das auch immer das Vergleiche sein sollen, aber nein. Kämpfen die Taigettans wirklich um die Befreiung der Erde? Hm. Auch die Ormas und Charistos? Ormas, ja. Charistos, nein. Hm. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ja. Die nicht. Okay. Sind hochgradige Freimaurer, den Demiurgen unterstellt? Nein. Sind Erzengel Diener der Matrix? Nein. Sind Engel Diener der Matrix? Ja. Hm. Deswegen wollte ich die zweigeteilte Frage. Ah ja, okay. Jetzt noch eine Frage zum Untersberg. Ja, schön. Da machen wir mal. Ja, sehr schöne Gegend. Ah ja. Ja. Gibt es am Untersberg einen Eingang zur inneren Erde? Nein. Hm. Habe ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Kann man am Untersberg einem Zwerg begegnen? Ja. Station in der Antarktis? Ja, stimmt. Gibt es da Außerirdische und auch Menschen? Ja. Mhm. Kommen diese Außerirdischen auf der Basis in der Antarktis aus unserem Sonnensystem? Nein. Nicht mal teilweise. Gibt es dort in der Antarktis-Station oder Basis auch Reptoloiden? Oh ja. Gibt es dort auch Dracos? Mhm. Gibt es dort auch Lyrianer? Mhm. Gibt es dort Nordics? Mhm. Ui, da ist doch richtig was los, oder? Ich glaube, du hast nur einen Bruchteil von denen aufgezählt, die da wirklich sind. Habe ich so den Eindruck, was Flux zu Hause rüberbringt. Mhm. So, jetzt kommen wir zum nächsten Themenbereich und zwar der Deep State. Oh, ja, wunderbar. Finde ich toll. Der Deep State beschäftigt ja momentan viele Menschen, weil ja bestimmte Gesetze aufgebaut werden, die plötzlich in allen Ländern zugelassen werden. Fast gleichzeitig. Das lässt vermuten, dass es ein Deep State gibt. Mhm. Ja. Darum jetzt einige Fragen zum Deep State. Okay. Leg los. Dass die Menschen gesteuert werden vom Deep State oder Deep State, ist das rein zufällig entstanden? Nein. Können wir etwas dagegen unternehmen? Ja. Haben wir überhaupt eine Chance? Ja, aber ist schwierig. Mhm. Werden die Videos von der ISS Raumstation in Wirklichkeit unter Wasser gedreht? Teilweise. Ist es möglich, die Schlumpfung zu neutralisieren? Ja, nein. Aber es ist Teile. Teile kann man entfernen, aber nicht vollständig. Würde ich jetzt mal so, ja, da kommt das ja. So wie ich es gerade gesagt habe. Mhm. Okay. Bleibt die gegenwärtige Anzahl an Menschen oder Weltbevölkerung, sage ich jetzt mal, weiterhin ungefähr so stabil wie jetzt? Nein. Dient die Schlumpfung dazu, die Menschen in irgendeiner Form zu kontrollieren? Ja, aber massiv. Noch eine interessante Frage. Der Pilot des berühmten Fluges MH370. Mhm. Hat der Pilot versucht, die Antarktis zu überfliegen? Ja. Hm. Ist das Flugzeug dann dort abgestürzt? Nein. Wer ist das? Was? Der Pilot, ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ich auch nicht so. Okay. Gibt es Überlebende des Fluges MH370? Ja. Gut, nächste Frage. Mhm. Haben die Sonden Voyager 1 und 2 unser Sonnensystem wirklich verlassen? Nein. Stimmt es, dass die Weltbevölkerung, so wie es propagiert wird, vor 8 Milliarden wirklich stimmt? Nein. Dauer haben wir auch ein Video gemacht. Ja, stimmt. Aber da haben wir noch nie Flux zu gefragt. Das ist richtig, ja. In der Welt erzählen ja viele von Ölknappheit auf der Erde. Mhm. Stimmt das? Nein. So kein Stück, gar nicht. Okay. Fliegen Flugzeuge wirklich mit Kerosin? Nein. Aha. Okay. Und was tanken die dann dort? Freie Energie. Existiert mehr Gold und Silber auf der Erde, als uns mitgeteilt wird? Oh ja, ja. Deutlich. Wurde Stonehenge abgebaut und woanders einfach wieder aufgebaut? Nein. Also befindet sich Stonehenge immer noch an seinem Originalort? Ja. Okay. Stimmt, da gab es mal eine Theorie, dass das so gewesen wäre. Ja. Flux bestätigt die nicht. Also keine Ahnung. Wurde denn der Stonehenge an seinem Originalort irgendwann mal abgerissen und wieder neu aufgebaut? Nein. Ah, okay. Existieren Skinwalker, also Formwandler wirklich? Bei Skinwalker sagt er nein, bei Shapeshifter ja, vielleicht Versuch für Nutz. Ist das eine andere Technologie? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist doch eigentlich das Gleiche, würde ich sagen. Hautwandler. Keine Ahnung. Oder Hautwanderer kann man das übersetzen, die von einer Haut zur anderen wandern können oder so. Also sie können nicht irgendwen übernehmen, sie können ihre eigene Gestalt verändern. Okay. Wurden die Pyramiden früher mit Gedankenkraft erbaut? Teilweise. Hatten damals die Leute, die Pyramiden gebaut haben, Geräte, technologische Geräte, um die Schwerkraft aufzuheben, damit diese riesigen Steinblöcke bewegbar sind? Ja. Witzig, ja. Ist das Universum ein Vakuum? Nein. Entstehen Krankheiten ausschließlich aufgrund von psychischen Konflikten? Nein. Entstehen Krankheiten überhaupt aufgrund von psychischen Konflikten? Nein. Werden negative Erfahrungen wie starkes Leid, Traumata und so weiter irgendwie auf atomarer Ebene, im Körper, beziehungsweise in der DNA abgespeichert? Oh ja. Besteht das Universum außerhalb der Erde aus Wasser? Ja, aber. Oh. Oder aus einem ähnlichen Stoff wie Wasser vielleicht? Ja, so wasserartig, eher in die Richtung, irgendwie sowas, ja. Aber atmen kann man ja da, oder? Ja. Cool. Ja, das waren die Fragen zum Deep State. Schön. Jetzt kommt der letzte Themenblock, und zwar religiöse Fragen. Na schön. Ja. Gut. Wollen wir mal schauen, was uns da so für Fragen gestellt worden sind? Wir können natürlich die eine oder andere Frage nicht beantworten, weil wir nicht andere Religionen so jetzt direkt irgendwie verletzen wollen oder Ärger mit YouTube kriegen wollen. Das möchten wir natürlich nicht. Okay. Ja, also, wurde Jesus wirklich gekreuzigt? Nicht in unserer Realität. Okay. Also jedenfalls nicht in dieser Realität, sagen wir es mal so. Lebte Jesus in Europa? Hat sich Jesus mittlerweile neu inkarniert? Er war schon mal wieder da, ja. Ja, er war schon mal wieder da. Ah, okay. Ist Jesus gegenwärtig reinkarniert? Nein. War Jesus ursprünglich der, der die Menschen über das System und den Deep State auf der Welt geholfen hat, da aufzuklären? Ja, aber. Oder teilweise. Teilweise. Es ist halt ein Ja, das, ja. Irgendwie so was in der Richtung. Okay. Konnte Jesus Menschen heilen? Tja, konnte Jesus wirklich Menschen heilen mit seiner psychischen Kraft? Wurde die Lehre Jesu verfälscht? Oh, macht schief. Ja, Tatsache, ja. Okay. War Jesus eigentlich in Wirklichkeit ein Magier, der eben, ja, magische Traditionen und Wissen sich angeeignet hatte? Ich kriege jetzt kein explizites Ja oder Nein, aber ich denke mal, dass alles irgendwie Wissen und Magie ist, von daher ist das keine Besonderes. Ja, das stimmt. War Jesus wirklich mal in Indien? In dieser Realität. In unserer Realität? Ja. War Jesus denn auch mal in Germanien? Mhm. War er auch schon mal in Großbritannien? Nein. Oder in Irland? Nein. Okay. Italien. Stammte Jesus in Wirklichkeit von keltischen oder europäischen Siedlern ab? Ist der Name Satan oder der Begriff Satan aus dem Sanskrit gestohlen worden? Nein. Wurde Satan erschaffen, um die Dualität aufrechtzuerhalten? Oh ja. Oh ja. Hm. Hm. Ist Satan ein Aspekt des Demiurgen? Nein. Waren die Essener der Ursprung der Gnostiker? Äh, ja. Hm. Wurde das Alte Testament manipuliert und abgeändert, um eine bestimmte Agenda durchzusetzen? Joa. Hm. Betrifft das auch das Neue Testament? Mhm. Hm. Teilweise. Sind die Paulusbriefe repräsentativ für die Lehre Jesu? Hm. Ja. Mhm. War Paulus, ja, ein Akteur der Manipulatoren? Nein. Hm. Wurden die Evangelien tatsächlich aus der Q-Quelle zusammengetragen? Nein. Gibt es in der Bibel eine versteckte Doppelbedeutung für Eingeweihte? Oh ja. Hm. Ist die Zahl 666 in Wirklichkeit ein Rätsel, das sich mit Gematria auf einen altgriechischen Namen angewandt lösen ließe? Nein. Okay. Beschreibt das Buch Offenbarung einen Erleuchtungsprozess? Hm. Okay. Wurden die ganzen Manipulationen in den abrahamistischen Religionen von einer oder mehreren schwarzmagischen Gruppen durchgesetzt? Nein. Haben diese Schwarzmagier das Kabbalah-Magiesystem erschaffen, wie es heute bekannt ist? Es gab wohl eine Art Mitbeteiligung, würde ich sagen. Als interpretierte Antwort gibt es keine klare Antwort. Okay. Ist Jesus der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen? Nein. Wurden die Endzeit-Prophetien in der Bibel deshalb nur geschrieben, um diese als Zukunftsszenario für unsere Welt gegenwärtig zu erschaffen? Mhm. Okay. Ja. Wow. Das waren ja eine Menge Fragen, oder? Ja. Flux ist völlig fertig. Ja. Flux muss sich jetzt erst bei der nächsten Energietankstelle wieder auftanken. Wenn es... Na gut, ihr Lieben. Ja, wir freuen euch, dass ihr so lange durchgehalten habt, bei all den spannenden Fragen und einige spannende Fragen waren da wirklich dabei und sie waren auch wirklich sehr gemischt. Also alle Themen eigentlich mal so angekratzt. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wünschen euch eine wundervolle Zeit. Ja. Tschaui. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.